Schluss mit dem Frust und her mit der Lösung. Die meisten Menschen haben eine Haltung zum Thema Akquise, als hätten sie eine Strafarbeit aufgebürdet bekommen, die sie nie wieder loswerden und fühlen sich oft sehr, sehr gequält durch langwierige Akquise-Prozesse, die nicht die Ergebnisse abliefern, die sie gerne hätten. Ja, also wenn Ihnen das so geht, dann kann ich sagen, es gibt Hoffnung, das muss nämlich nicht so sein. Vielleicht mal ein Wort zu mir. Mein Name ist Claudia Heilmeier. Ich bin Persönlichkeitstrainerin, Business Coach, Körpersprachetrainerin, Kommunikationstrainerin und ich bin die Leiterin vom Heilmeier Coaching Institut GmbH. Ja, ich habe mich natürlich im Laufe meiner eigenen Selbstständigkeit sehr, sehr viel mit dem Thema Akquise auseinandergesetzt und ich schule Menschen, die im Vertrieb tätig sind, schon seit mehreren Jahren jetzt. Und meine Erfahrung lehrt mich, hey super, es gibt eine andere Lösung. Und die Lösung ist folgende. Wenn Sie herausfinden, wie Sie anstatt Ihren möglichen potenziellen Kunden hinterherzulaufen, stattdessen zum Magneten werden und genau die Menschen anziehen, die genau das suchen, was Sie wollen, dann fängt Akquise plötzlich an Spaß zu machen. Da passiert auf einmal das Akquise Wunder. Es macht Spaß, es wird ganz einfach und es hat natürlich auch eine ganz andere Effektivität. Der Online-Kurs Akquise Wunder beschäftigt sich in neun Abschnitten, in neun Online-Seminaren plus Begleitmaterial, damit, wie diese Schritte funktionieren, damit man diesen Schalter umlegen kann und zu diesen Ergebnissen kommt, die ganz, ganz anders sind. Darüber hinaus ist im Kurs enthalten, sind zwei Termine mit mir persönlich, damit man quasi die Einstiegsbedingungen klären kann und die Ergebnisse am Ende festhalten kann. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen. Ich biete Ihnen jetzt an, ein persönliches Gespräch mit mir zu führen, um herauszufinden, ob dieses Angebot für Sie wirklich richtig ist und freue mich darauf, Sie kennenzulernen im Rahmen eines persönlichen Gesprächs. Bis ganz, ganz bald hoffentlich. Tschüss, Ihre Claudia Heilmeier.